Was bisher geschah Wow Das klingt doch nicht übel 15 Euro Rewe Stopp! Der Wein muss hart Der hat Was ist jetzt los? Nachtsitzung Nach dem Experiment Und vor der Party Da kommt auf jeden Fall noch was zwischen 100%ig Ah, Disney Ich muss ja ganz ehrlich sagen Na? Sie als Kind Gefällt mir am wenigsten Die ist kälter als alles andere So ein leerer Blick Du konntest nichts machen, ne? Doch, da Da hat doch grad was Ah, das ist so ein Collectible Ja Ich will gar nicht wissen, wieviel wir schon verpasst haben Wir haben zwei eingesammelt Ich konnte es gleich mit dem reden Müde Können wir jetzt gehen? Ah, Jodie Ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit Ich weiß, es war ein langer Tag Hey Aber mit dieser Brille fand ich den Typ mal sympathisch Ich habe ein Buch gekauft Ich bring dich jetzt ins Bett Und lese dir vor Ja prima Ja Prima Prima Ich glaube es ist noch im anderen Zimmer Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mach das nur hier fertig und dann geht's los Okay Lass ich raten, da ist kein Lichter Ja Ich werde es holen Ich schlitz immer die Besten sehen 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 War damals auch schon bei Until Dawn so, ne? Weißt? Das war so klar Also, wo ist jetzt dieses Buch? Oh 15, 18, 18 Äh, sie macht sich natürlich Schluss damit, Iden Das ist nicht witzig Oha, übertreibt gleich Das bin ich nicht Das liegt hier irgendwo So, dass ich es nicht sehe Wie das mit dem Öl Das habe ich auch nicht gesehen Ja, sei es doch Iden? Was du das, Iden? Alter, was die viele Kinder da haben? Tja, manche hätten sich... Angst und Schreck Manche töten sich wegen weniger, ne? Ja Jetzt geht das Licht aus Tür geht zu Optimal Komm Alter 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 Jetzt kann man mal den Blick sehen sollen Ich... Äh, ich war grad leicht überfordert Mama Ich hab Angst im Dunkeln Ah, du hast es gefunden Ja Ja Jetzt freut sie sich wieder Weißt du so Du, grad Ich hätte sie gesehen Jodie Wer ist denn da? Das sind die Eltern Nee Jodie, alles klar? Sie ist blass aus Sie ist totmüde Da ist doch Sonnenklar Komm Nathan, sie gehört ihm Weißt du, sie guckt so... Wer versteht sie Sie guckt schon jemand Ja Ja, Moment Mit so'n Schreckensgesicht Mit so'n Schreckensgesicht Mit so'n Schreckensgesicht Die ist müde Weißt du noch was? Nathan Dawkins Kleine Schluck Kriegste oder hol ich gleich mal Neu? 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 Das Päuschen Oh Oh, oh Irgendwas? Ich glaub jetzt hat das SF Ach! Die sind wahrscheinlich gerade gestorben Nathan, was hast du? Ey, stimmt Stimmt So, so, so bad Deswegen hat die die gesehen Ja Weil die grad so wahrscheinlich in die andere Welt gegangen Meine Frau Und meine Tochter Sie kam gerade von meiner Mutter Druck Betrockener Fahrer Auf der falschen Fahrbahnseite Ah, ein vorausschonender Fahrer hätte das wohl vorher gesehen Hm, ich glaub der ist auf meiner Fahrspur Oder? Oder? Bumm Sie sind tot Ach du Scheiße, Alter Ähm Ich glaub gar nicht, die werden schon vorher gestorben Jodie, du gehst jetzt ins Met Mason, du bleibst hier Ich bin gleich wieder da Komm mit, Jodie Hä, und wer hat sich den jetzt angerufen? Komm aus Bei Italien Das weiß ich Ja, ist natürlich die Story echt traurig, Alter Geht mir das ganz schön an den Nerven Oh Mann Boah, der tut mir jetzt leid, ey Scheiße Die Mission Das mach ich jetzt auch noch? Ja, ja Ein bisschen länger, oder das? Ja, das ist ungefähr so lange wie Alter, zwischen Prolog, ne Wie viel Platz da noch ist Einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes Er kommandiert eine bewaffnete Miliz Und kontrolliert dann Aber das ist eigentlich nach dem Amt der Stadt Ja Das ist danach Hashtag der Ficker Du musst Jamal finden Und eliminieren Er wechselt Den Standort zweimal täglich Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel Und das ist hier Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber Irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen Er ist auf dich allein gestellt Kein direkter Kontakt für den Feind Keine Verstärkung Du identifizierst und eliminierst das Ziel Und aktivierst dein GPS Signal Damit wir dich holen können, ja Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein Also halt dich ran Ich kann nichts machen, das ist ein Punkt So Der letzten Army Soldaten, der erwischt wurde Zogen sie an einem Jeep durch die Stadt Man fand seinen Kopf höh Und ein Bein in einem Fischerboot Nicht zu empfehlen Näh Näh Ich bin zurück bevor sie überhaupt merken, was passiert ist Pass gut auf dich auf, Joanie Ich will nicht, dass dir was passiert Aber macht das der Ficker nicht? Ich will jetzt nur den Ficker Der Ficker Keine Ahnung, wer du die krassen Superkräfte hast Der Ficker kann auch mitkommen Nee, das wüsst du ja nicht Ich hab noch Zeit bevor das raus geht Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit? Nimm mich von hinten Nimm mich von hinten Ey komm, sowas wird gecuttet Ich kann echt enttäuschen Das war der Snake, hä? Das war der Snake, hä? Wuh? Ich kann sie da schwimmen Halben Kilometer, halbe Stunde Halbe Stunde Gameplay, wie man schwimmen Bup, weg Ich hab' füllen am Strand Vielleicht chillt sie dich jetzt ein bisschen hin Ich merk' schon Ich guck' gleich meine Pistole raus Und dann wird er nochmal hochballat Sehr schön Kein direkter Kontakt mit dem Feind Keine Verstärkung Also Ja, dann mach' mal Das war da was Vielleicht im Licht Ja, Büchling Nee, das Licht wollte ich nicht Das, was hinter dir ist Den kannst du nicht killen Ja, dann geh' mal raus Oh, da kann ich dir nachher Willst du? Warte, wir gehen mal erstmal näher ran Ich weiß gar nicht, wie das ging Warte, willst du morgen? Nein, warte mal, kannst du nicht... Oh, du bist Bödinger Das Wetter ist schön Ähm, du musst draußen gehen, ne? Das war grad ganz schön knapp, ne? Ja, der hat uns gesehen Ja, so Hey, weißt du, die Kisten bewegen sich und dann guck' ich kurz Ich guck' nochmal, wo der eine Typ jetzt ist Ja, den kannst du ja umbringen Ja, was kannst du noch machen? Da Locken Nur locken Locken Du willst hier nur Sieger machen können Ah, ne, dann sind wir schade Wo ist denn der hin? Geh' mal da rein Du kannst doch bestimmt, du kannst halt eh weiter Da Ich wusst es Oh, oh, jetzt, Jetzt wirst du im Fick Es gibt nämlich die Waffe von seinen Beinen. Dreieck. Lass mich jetzt mal reinschuchen. It's your turn, bitch. Du, 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 du. Jetzt scoutest du erst mit wieder. Links würde ich überhaupt behaupten. Rechts meinst du? Das ich meinte, das andere links. Ich weiß ja nicht immer, wo wir hin müssen. Ja, ich auch nicht. Das links meinte ich, da rein. Da wäre ich jetzt rein, ja. Alter, was gibt es denn da für Wege? Ja, das ist so ein Höhenweg. Ganz schön großflächig. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich glaube, da müssen wir runter. Ja, hier lang. Ja, hier lang. Alles klar, ab geht's, Mann. Ich habe gedacht, ich sprich da drüber. Warte mal, wir gucken uns das jetzt mal an. Soll ich mal auskunden? Oh nein, komm. Geht's. Dein letzter bekannter Standort war das Zenaki Hotel. Das ist hier. Jetzt fehlen wir wahrscheinlich das Zenaki Hotel. Ich schau mal. Da oben ist was. Collectible. Da kommst du nicht hin. 100% kommst du bis zum Collectible nicht. Doch. Da musst du auf einen Punkt halten. So, was haben wir noch? Gar nichts. Keiner da. Ab geht's. Ja, ich kann da was runter sehen. Ich will. Ab geht's, Alter. Zenaki, du hast ja gesehen. Du hast gerade ein bisschen Panik bekommen, kann das sein? Wo können wir denn jetzt lang, theoretisch? Da hoch. Guck mal da. Ja, warte mal. Es ist besser, wenn du in die Häuser gehst und nicht an den Straßen lang, Alter. Hast du ein Auto? Was machst du denn da jetzt? Wir wollen doch nicht warten bis sie wiederkommen, Alter. Ja, ich... Ich will ja hier weg. Chill. Da gehen wir jetzt nicht mal rein. Da stehen welche. Warte. Geh mal in den Geist. Mach! Mach weg! Mach weg! Ach du Scheiße. Alter, du musst Gas geben. Mach. Mach. Warte. Ich scottet jetzt erstmal vor. Da steht ein Ficker. Ja, oben auch. Ne. Er würde uns ja immer zeigen. Er würde uns ja immer Zeit führen. Hinten stand ein Ficker. Jetzt nenne ich sich alle nur noch Ficker. Nein, Rhyden war der Ficker. Rhyden ist ganz nett an dich. Ja, das ist der Ficker. So, geht nicht mal. So, jetzt lass dich noch mal. Du kommst halt noch nicht mal bis nach da. Ja, du musst dich hier sowieso nur anschneiden. Nein, das geht sich nicht. Okay, so. Es ist dein turn. Richtig cooler Mission Impossible Typ geworden. Okay, reicht. Richtig Schlag. Warte mal, wir verstecken uns jetzt kurz. It's your turn. Grüß dich. Grüß dich. Wir spielen irgendwie immer die Spiele, wo die Leute so abschillen, aber abschillen. Die lassen wir einfach mal in Ruhe. Ah ja, die sehen uns hundertprozentig. Warte mal, da müssen wir ganz nah ran gehen für. Fast unsichtbar, hä? Wir sehen uns doch nicht. Krass, das ist ein Aki, oder? Du bist hinter. Aiden. Aiden, Tarn. Ach jag, ich kann nicht. Du kannst nicht. Du, kannst du. Übernimmst du übernimmst. Sanschi. answersbnille Du musst den retten. Du musst den retten. Du musst den retten. Du musst den retten. Das ist das Beste. Haben die das gehört, die da saßen und haben gechillt? Was waren die? Einige. Alles klar. Na ja, kaum laut die war vor oder so. Moment, war das gerade ein Schuss? Guck mal oben auf dem Dach, ob da ein Sniper oder so sitzt. Ich glaube, da muss ich einfach rein. Dann ist das Spiel doch nicht so kompliziert. Ja, hier gehts nicht rein. Warum ist hier kein Assassine, der jetzt einfach mal hochklettern kann? Ich habe wieder Stimmen gehört. Da müssen wir rein. Das sieht stark nach einem Eingang aus, aber da steht auch niemand außer da hinten. Die da hinten jucken uns ja eh nicht. Ja, dann geh jetzt los. Ich verstehe ja kaum. Hallo, hier ist Spotlight on me. Das ist ein Goldkuchen. Oh ja, ist mal. Oh. Ein bisschen leer. Jetzt. Mal weg. Schmuppern. Oh. Oh, Junge. Sie sind weg. Da gehts wieder ins Häusern und weg. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ja Informationen suchen, oder? Riecht gut? Nee. Riecht nicht gut. Oh, jetzt musst du das mit in den Endungen machen. Ja, das war schon gut. Optimal. Ja. Nenn mich Bosse. Nenn mich Bosse. Nenn mich Bosse. Eine Ruine. Hä? Sie sind bei einer Kathedrale. Ja. 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 Da gibt es bestimmt noch mehr Informationen. Na ja, klar. Auf dem Tisch wahrscheinlich. Habt ihr immer den Ghost? Da kann ich mal was machen. So. Ich muss ja was abkriegen. Es ist die berührenden Erinnerung eines Tisches. Der rechte muss ein Stück weiter runter. 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 Ishi! Ishi! Jamal. Jamal. Er war hier. Gott. Er hat statt gerade Gemal. Da gibt es noch. Einiges. Ist da noch woanders jetzt? Ja. Hä? Warte mal hier ein bisschen zu schnauern. Nein. Hier oder was? Was ist das denn jetzt? Na ja, ich kann nicht hier gut. Okay. Da ist auch noch das Lagerfall. Ich weiß auch nicht mehr wo das war. Da! Siehst du es nicht? Links! Leute, das hab ich nicht gesehen. Das war viel zu auffällig. So, jetzt siehst du wieder meine Skills hier. Pass auf. Drei. Zwei. Das war nicht schlecht. Entschuldigung. So langsam kannst du es, ja? Ja. Wie oft willst du denn noch sehen? Ja. Ja. Wir brauchen alle Informationen. Zehnt waren die hier. Junge, Junge. Siehst du noch was? Jetzt haben wir... Ich hab doch noch mal gucken. Ich glaub... Ich glaub das war's. Ähm... Ich hab gedacht der... Ich hab gedacht der Fernseher wäre aus. Alles klar, komm. Wo war die Kathedrale? Wo ging es denn da runter? Die Tür runter.